Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal SailorDream ASMR. Ja, und heute gibt es mal ein entspannendes Video gegen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, denn die können ja echt sehr, sehr unangenehm werden. Und ich dachte mir, ja, ich könnte dabei vielleicht ein wenig helfen. Dafür habe ich mir ein paar Trigger herausgesucht, bei denen ich denke, dass die gut dabei helfen werden. Und sage direkt, let's go. Okay, meine Lieben. Für den ersten Trigger benötige ich etwas Frischhaltefolie, das hier raufkommt. Ein bisschen mache ich mal noch. Ich bin immer so ein Schisser, dass es kaputt geht. Ich finde das alleine schon so nett. Ich habe es heute übrigens mal versucht, alles ein bisschen dunkler zu machen. Da ich letztens mal gefragt wurde, ob ich das mal probieren kann. Und das mache ich natürlich sehr gern. Schließt einfach die Augen. Und entspannt zu den Saums. Und entspannt zu den Saums. Und entspannt zu den Saums. Dann kommen wir mal zum ursprünglich gedachten Trigger. Und zwar werde ich da jetzt etwas rauf sprühen und hoffe, dass es sich gut anhört. Also ich muss sagen, ich finde es echt nice. Ich hoffe echt, ihr könnt davor noch was hören. Ich glaube, von weiter oben ist es besser. Es gibt ja viele, die diese Sprühgeräusche nicht mögen. Ich persönlich liebe Sonne-Sound zum Beispiel. Aber so hat halt jeder seine eigenen Trigger, die er mag. Und das ist nur ein. Okay, meine Lieben, mein ganzer Tisch ist schon nass. Oh, wei. Ich hätte den Trigger vielleicht als letztes machen sollen, wäre vielleicht logischer gewesen, aber egal. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Trigger. Und als zweiten Trigger habe ich diesen XXL-Quetschball. Den habe ich jetzt bestimmt schon auch, ja, ein Jahr oder anderthalb sogar. Und heute werde ich den mal hier auftun. Passt auf. Ich finde diese Sounds, ähm, ja. Hört sich so an, als wäre man unter Wasser. Schreibt mir später auch gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsdienst ist. Schreibt mir später auch gerne in die Kommentare. Schreibt mir später auch gerne in die Kommentare. Schreibt mir später auch gerne in die Kommentare. Ja, denn ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Oh, habe ich schon wieder vergessen. Und zwar habe ich als dritten Trigger diese Ballons mit Stoffkügelchen. Also, falls das Video abrupt enden sollte, war mein Akku leer. Sorry. Okay. 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 Also wirklich, sorry, 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 falls ich auf einmal weg bin. Ist auch schon wieder so doof, dass ich vergessen habe, meine Kamera zu laden. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch etwas dabei helfen konnte, abzuschalten und dass eure Kopfschmerzen vielleicht wirklich weggegangen sind.